Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast zum Thema der Autismus Spektrum Störung von und mit Timo Warnholz. Wir starten sofort ins Thema. Schön, dass ihr da seid. Jawohl und das wollen wir natürlich auch gleich tun und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das ja schon auch ziemlich tragend ist. Also etwas, was viele Menschen sehr beschäftigt und das ist das Thema Schlafstörung oder Schlafprobleme bei Menschen mit Autismus Spektrum Störung. Und ja, das ist was, was viele, viele Familien insbesondere betrifft, wenn die Kinder Probleme haben zu schlafen und das kann schon das ganze Familiensystem ein bisschen durcheinander rütteln. Und deswegen gucken wir mal heute zum einen, wie funktioniert das überhaupt mit dem Schlaf, also was ist da so neurobiologisch los und dann gucken wir, was insbesondere bei autistischen Menschen hier besonders ist und was auch zu diesen Schlafproblematiken führen kann. Und dann gucken wir uns im letzten Schritt ein paar Möglichkeiten an, wie man damit vielleicht ein bisschen besser umgehen kann. So und damit wir einmal verstehen, wie das so mit dem Schlaf funktioniert, starten wir mal mit einem Blick ins Gehirn und für das gute, angenehme Müdewerden und Schlafen, dafür ist in erster Linie das Hormon Melatonin zuständig. Und das kennt ihr ja bestimmt, das ist ja mittlerweile ziemlich bekannt und wird auch in vielen Druckerien sehr beworben für Menschen, die nicht gut schlafen können. Und körpereigen ist das nochmal eine andere Geschichte, aber da werden wir uns jetzt mal mit beschäftigen. Also das Melatonin wird produziert in der sogenannten Zerbeldrüse, die nennt man auch Epiphyse und das ist eine kleine Drüse im Gehirn und die ist im ständigen Austausch mit unserem Sehnerv, also mit den Augen. Und nimmt quasi die Daten auf, wie hell es draußen ist oder wie dunkel es schon ist und das führt dazu, dass bei Dunkelheit dann das Melatonin ein bisschen stärker produziert wird. Und das hat dann verschiedene Wirkungen, zum Beispiel wird, wenn das Melatonin freigesetzt wird, die eine oder andere Wirkung auf unseren Kreislauf ausgelöst. Zum Beispiel senkt sich unsere Körpertemperatur und auch der Blutdruck senkt sich leicht und dadurch bekommen wir über die Melatoninrezeptoren im Gehirn das Gefühl, dass wir müde werden. Also nochmal, wir bekommen quasi die Lichtimpulse in diese Zerbeldrüse und der Sehnerv sagt uns, so es wird langsam dunkel und deswegen müssen wir Melatonin produzieren, damit wir müde werden und schlafen können. So funktioniert grundsätzlich der Prozess und deswegen haben Menschen zum Beispiel, wenn sie in so Bereichen unterwegs sind, dass sie viel mit Tageslicht konfrontiert sind, zum Beispiel, weil sie Schichtarbeit betreiben oder weil sie an Orten der Welt sind. In Skandinavien ist es ja durchaus möglich, wo es dann auch mal nachts nicht dunkel wird, sondern eine ganze Weile monatelang hell bleibt. Und da ist die Melatoninproduktion denn schon deutlich auch beeinflusst auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und ja, gucken wir uns mal an, was jetzt hier insbesondere bei autistischen Menschen die Gründe dafür sein können, dass der Tag- oder der Schlafrhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus so stark gestört sein kann. Und zwar haben da Studien gezeigt, dass es bei autistischen Menschen teilweise eine unregelmäßige Produktion von Melatonin gibt. Das kann bedeuten, dass entweder zu wenig Melatonin produziert wird oder dass zu viel Melatonin produziert wird, aber dann zu vollkommen falschen Zeiten. Das bedeutet, dass dann irgendwie tagsüber im Alltag mal so kleine Müdigkeitsphasen eintreten, die die Person wirklich ganz stark dann auch negativ beeinflussen. Wir haben ja grundsätzlich bei autistischen Menschen oft das Thema, dass die innere Uhr anders funktioniert. Und das bedeutet halt, dass auch dieser Tag-Nacht-Rhythmus denn dadurch natürlich beeinflusst ist. Es kann Probleme mit der Übertragung oder mit der Signalübertragung für Melatonin geben. Und das bedeutet, dass irgendetwas zwischen den Augen und der Zerbeldrüse nicht richtig übertragen wird und deswegen diese Daten nicht korrekt sind, könnte man sagen. Und dementsprechend nicht nach realistischen Werten diese Müdigkeit eingestellt oder halt nicht eingestellt werden kann. Und das führt dann dazu, dass Menschen teilweise nachts wach liegen und überhaupt nicht gut in den Schlaf kommen. Dann gibt es aber auch autistische Menschen, die einfach nicht so sensibel auf Melatonin reagieren. Das heißt, die da so eine gewisse Toleranz haben. Und um mal von diesen ganz biologischen Faktoren, also neurobiologischen Faktoren wegzukommen, spielt es auch immer eine große Rolle, was die Umwelt so zu der Situation beiträgt. Zum Beispiel könnte es sein, dass vielleicht zu viel Licht oder zu viel Lärm auf die Menschen einwirkt oder dass die Routinen des Schlafrhythmus verändert werden. Also die Menschen nicht immer in der Lage sind, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Und dann ist es manchmal so, dass sie vielleicht zu einer Zeit ins Bett gehen, wo draußen noch die Vögel zwitschern oder auch andere Außeneindrücke, also auditive Reize oder Lichtimpulse irgendwie dann noch in die Schlafräume kommen. Und all das sind Faktoren, die dazu führen, dass der Schlafrhythmus gestört sein kann. Ja, also wir haben einmal dieses hormonelle Thema, also sehr neurobiologisch und wir haben auf der anderen Seite das Thema, dass halt bestimmte Strukturen oder Umweltfaktoren, insbesondere natürlich auch reizverarbeitende Faktoren oder Reizfaktoren, sensorische Faktoren könnte man auch sagen, hier eine Rolle spielen. Wir haben also ein multifaktorielles Problem manchmal und jetzt hat man sich lange darüber Gedanken gemacht und schon vor, ja so ungefähr zehn Jahren habe ich immer wieder gehört, dass zumindest in den USA stark dann darauf gesetzt wurde, dass zum Beispiel Melatonin nachgereicht wird, also das Supplement. Das hat in Deutschland noch eine Weile gedauert so, aber mittlerweile ist es auch nicht unüblich. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Teil der heutigen Folge, nämlich was kann man machen? Also grundsätzlich wäre es gut, erstmal ein bisschen auf die Strukturen zu gucken. Das heißt, wichtig ist, regelmäßige Schlafenzeiten, dass man auch wirklich darauf achtet, dass die Kinder zum Beispiel immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und es da nicht viele Varianzen gibt. Denn das kann schon dazu führen, dass das hier wieder schwierig wird. Dann ist es immer wichtig, ja sowieso aus sensorischen Gründen oder aus Gründen der Wahrnehmungsverarbeitung könnte man auch sagen, dass das Umfeld gut optimiert ist auf die Schlafsituation. Das heißt, es wäre gut, wenn das Zimmer dunkel ist, wenn es nicht zu warm ist, also eine gewisse Kühle hat und natürlich auch im Optimalfall dort nicht noch irgendwelche Geräuschquellen oder sowas wie zum Beispiel irgendwelche elektrischen Geräte oder sowas Reize von sich geben. Das wäre schon mal optimal. Das heißt, ein ruhiger, dunkler Raum und der eine gewisse Temperatur nicht überschreitet, kann schon mal sehr, sehr stark dazu führen, dass der Schlafrhythmus sich verbessert. Dann gibt es natürlich auch, gucken wir mal auf die Rituale, Entspannungsrituale, das heißt etwas, was sich wiederholt, ein tägliches, zelebriertes Ritual, das dazu führt, dass das Gehirn auch schon ein bisschen konditioniert ist und weiß, okay, wenn dieses System jetzt hier durchlaufen wird, also dieses Buch gelesen wird oder so oder vielleicht auch ein warmes Bad vor dem Schlafen, das wäre auch eine Möglichkeit, dann ist es gleich Zeit zu schlafen und halt mit dieser sehr strikten Orientierung an einer täglichen Zu-Bett-Geht-Zeit, nenne ich sie mal, kann das hier auch durchaus sich positiv entwickeln. Dann ist es ja so, dass autistische Kinder ja auch, genau wie viele andere Kinder natürlich, viel Zeit auch gerne so an Handys und Tablets verbringen. Ihr wisst ja, dass das für mich auch ein Thema ist, wo es um Reizfilterung geht oder um Kanalisierung der Wahrnehmung, also dass ich da gar nicht so abgeneigt von bin, dass Kinder mit Autismus das auch brauchen. Aber wir haben natürlich hier auch Faktoren, die aufs Gehirn wirken, wie zum Beispiel das blaue Licht, von dem man immer so viel hört, also was ja auch an Arbeitsplätzen immer eine große Rolle, also an Bildschirmarbeitsplätzen immer eine große Rolle spielt. Und auch das kann negativ auf die Melatonin-Produktion werken. Dann natürlich Zucker, Koffein, solche Dinge, Kinder versorgt man jetzt ja selten mit größeren Koffeinmengen, aber Zucker ist ja durchaus was, was eine Rolle spielt. Da sollte man halt gucken, dass man das so ab Nachmittags sehr deutlich einschränkt bis hin zu lässt. Das Gleiche gilt fürs Essen. Auch hier ist es wichtig, dass man jetzt nicht zu viele Kalorien zu sich nimmt, denn auch das wirkt gegen ein gutes Einschlafverhalten. Und man könnte auch tatsächlich vor dem Einschlafen, das wäre auch ein Punkt, sich noch ein bisschen bewegen. So, und wenn jetzt man sich ordentlich bewegt, dann verbrennt man natürlich Energie und die Energie, die führt dann dazu, also die fehlende Energie, dass man auch ein bisschen erschöpft wird. Und das kann dann natürlich auch für Schlafverhalten wieder eine große Rolle spielen. Dann haben wir über Melatonin-Supplemente gesprochen. Da gibt es übrigens nochmal den Hinweis, dass es nicht immer reicht, die bei Rossmann oder bei DM zu kaufen, denn natürlich haben die eine andere Zusammensetzung und sind nicht so werksam wie die, die man sich von einem Arzt verschreiben lassen kann. Also ruhig mal mit der Neurologin, dem Neurologen das Vertrauen zu besprechen, ob da die Möglichkeit besteht, das zu verschreiben, machen Kinderärzte auch durchaus in vielen Fällen. Und dann mal ausprobieren, wie das so wirkt. Und als letzten Punkt haben wir noch so Dinge wie sensorische Hilfsmittel. Also wir wissen ja, dass viele autistische Kinder auch gerne sowas wie ein bisschen Druck auf den Körper haben. Also wenn sie zum Beispiel untersensibel sind in der Reizverarbeitung und da könnte eine Gewichtsdecke durchaus auch nochmal einen extra positiven Anker bilden, um das Schlafverhalten ein bisschen zu fördern. Ja, also ihr seht, man muss da auf verschiedene Faktoren achten und immer gut ist es auch mal Ärzte drauf gucken zu lassen, was da so los ist. Und im Endeffekt geht es auch hier wie in so vielen anderen Bereichen um eine gute Struktur, um eine verlässliche Struktur, eine Wiederholung, die ganz klar ist. Und wir können hier halt wie gesagt auch mit Hormonen ein bisschen nacharbeiten. Und wir müssen darauf achten, dass wie gesagt auch das Schlafumfeld ganz besonders gut auf die Schlafsituationen abgerichtet ist oder ausgerichtet ist. Und da gehört halt die richtige Temperatur zu, ein nicht zu auditiv überlastetes Umfeld. Und ja, auch Licht ist keine große Hilfe, wenn wir wissen, dass halt auch die Einstrahlung von Licht dazu führt, dass weniger Melatonin produziert wird. Genau. Also ruhig mal ausprobieren und dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen besser zu schlafen oder zumindest euren Kindern dabei zu helfen, ein bisschen besser zu schlafen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und damit lasse ich euch jetzt mal allein. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.